Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute, für euch, gestern, habe ich ganz viele Dureal Runs gemacht mit der Community zusammen. Und da geht nochmal ein Riesendank an die Community raus, das lief richtig, richtig gut. Wir haben immer Buy-In gemacht, eine Scherbe oder ein Ei für Dureal und dann konnte man für einen Run mit dazukommen. So hat jeder, der teilgenommen hat, quasi drei Teile gespart und hat nur einen Teil davon bezahlt. Und wir haben gemacht 40, über 40 Runs von Dureal, hat richtig Bock gemacht. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, dass ich unbedingt den Kugelblitzmagier mal bauen will. Da wird auf jeden Fall ein Video kommen, irgendwann die Woche, die Tage werde ich den Kugelblitzmagier nachbauen in der Season und euch auch präsentieren. Weil der Kugel, also Leute, wenn ihr Magier spielt, spielt Kugelblitzmagier. Der hat Dureal so wegrasiert, vielleicht kann ich hier gerade mal nebenbei was einblenden, wie der komplett weggelasert wurde vom Kugelblitzmagier. Palsche Kugelblitz. Ja, Kugelblitz ist, also was ich hier sehe, ne. Was tue ich hier sehend? Also eigentlich brauche ich gar nicht mitzukämpfen. Kugelblitz macht den so nass. Aber darum geht's gar nicht, weil, ihr habt am Titel schon gesehen, ich habe mein erstes Oberunik bekommen und zum Glück ein gutes. Skopel war der erste, der von uns ein Oberunik bekommen hat und hat das schlechteste von allen bekommen. Und ich habe richtig gutes bekommen tatsächlich. Für mein, für mein Bild hier leider, ja ich müsste den Bild komplett umbauen, damit ich den irgendwie nutzen könnte. Aber an sich ringt der Sternenlosen Himmel ein sehr, sehr nices Oberunik. Und zwar macht das, dass die Kernfertigkeiten jedes Mal, wenn ihr sie wieder zündet, weniger Ressourcen kosten. Bis zu einem Maximum von 40%. Das bedeutet, wenn ich ihn jetzt auf meinem Druiden hier benutzen würde und am Pulverisieren auf dem Boden klatschen würde, dann würde nach dem fünften Mal Pulverisieren nur noch 40% weniger Ressourcen kosten. Bis ich eine andere Fähigkeit einsetze, die keine Kernfertigkeit hat. Und ich glaube, der Ring ist übertrieben gut auf dem Blutwoge-Magier und auch auf dem Blutwoge-Necromancer und auf dem Kugelblitz-Magier. Weil Necromancer haut ja ganz viele Blutwoge hintereinander raus und hat eine sehr hohe Ressourcen-Regeneration. Und der Magier macht Kugelblitz und der kostet nicht so viel und hat auch eine hohe Regeneration. Ich könnte mir vorstellen, dass mir ein Magier dann vielleicht 30, 40 Mal Kugeln zünden kann, ohne dass die Mana leer wird. Aber das werde ich mir angucken. Könnte sein, dass ich den Magier mit diesem Ring hier spiele, mit meinem Uber-Unique-Ring. Was mich übertrieben interessieren würde, ist, ob ihr schon eins bekommen habt. Und vor allen Dingen, wie oft ihr Duriel dafür legen musstet. Weil ich hatte ja schon vor Wochen gesagt, dass ich so glaube, dass die Chance so bei 1% liegt. Jetzt mit den ganzen Runs, die wir gemacht haben, glaube ich, dass die Chance sogar noch ein bisschen höher ist. Also ich könnte mir irgendwas zwischen 2 und 5% sogar tatsächlich vorstellen. 5 vielleicht ein bisschen hoch, jeder 25. Run ist vielleicht ein bisschen krass. Äh, jeder 20. Run ist vielleicht ein bisschen krass. Aber so 2 bis 3% ungefähr. Weil Skopel hatte einen gefunden innerhalb dieser 40 Runs. Steven hatte einen gefunden. Ich hatte einen gefunden. Und wir hatten alle so um die 40 Runs. Das kommt so ungefähr hin in diese 2-3% Chance. Deswegen schreibt es mal gerne unten in den Kommentaren. Dann können wir so ein bisschen vielleicht den Mittelwert herausfiltern. Es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der direkt beim ersten Mal Duriel was gefunden hat. Leute, schreibt es nicht in den Kommentaren. Ihr werdet dafür gehatet. Dann lügt einfach. Aber es wird bestimmt auch welche geben, die erst nach 40, 50 Runs eins gefunden haben. Würde mich sehr interessieren, dass wir da mal einen Mittelwert erstellen können. Weil ich habe dazu noch keine Zahlen gefunden, offiziellen Zahlen, wie da die Chancen sind. Und nochmal ganz großer Announcer. Diesen Dienstag machen wir das Ganze nochmal mit Duriel. Wir wollen wieder 40 bis 50 Runs machen. Und da haben wir auch wieder einen Platz frei für euch in der Community. Wenn ihr dabei sein wollt bei Duriel, bringt eine Scherbe oder ein Ei mit pro Run. Das heißt, wenn ihr 5 Scherben habt und 5 Eier, dann gebt ihr mir die. Und wir machen zusammen 10 Runs. Dann habt ihr insgesamt 30 Gegenstände gespart. Und dann können wir alle zusammen Duriel machen. Das bedeutet für euch, morgen ab 15 Uhr geht es los mit den Duriel Runs. Wenn ihr da dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall mal Twitch ab. Das könnt ihr allgemein machen. Ich bin jeden Tag live. Außer heute. Heute habe ich mal einen Tag Stream frei. Lasst gerne ein Follow auf den Kanal da, wenn ihr das nächste Mal von Diablo verpassen wollt. Ich werde bestimmt den Kugelblitz-Magier demnächst nochmal vorstellen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Feuerwand-Magier soll ja auch mega krass sein. Da kommt bestimmt noch das ein oder andere Video. Und würde mich sehr über ein Like auf das Video freuen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.